hallo und herzlich willkommen zu einem video wo ich alle meine projekte aufliste die ich beendet habe die gerade laufen die geplant sind die kommen werden und die pausiert sind und wir fangen mit den laufenden an und dieses video wird wahrscheinlich extrem lang oder ich hatte einfach alles runter weil ich wirklich sehr viele projekte beendet hat das über eine über eine seite ok also laufend haben wir gerade laufend heißt dass ich schon mindestens eine folge davon aufgenommen habe und es gerade im sendeplan steht es wären another break in the mall the binding of isaac breath of the lamp mini metro die zweite staffel dualist schrott freitag spielecheck billig und gut checkliste let's reinschau und die zwölf helden taten des hercules das zwei der kritische bulle kommen wir direkt so umnächst sieht schon das richtig viel so kommen tun bald europa universales 4 mandate of heavens sim airport hearts of iron 4 sowjetunion sie mutrans let's build an empire die stehen schon im sendeplan mad games teiken staffel 5 steht noch nicht im sendeplan kommt aber auch bald geplant sind was nicht bald kommt von einem streich mal ich streiche ich mal hier raus es kann könnte beide hyrinen passen aber ich tue es jetzt mal hier rein was da oben steht mad games teiken staffel 5 hatten wir gerade solarization 6 und reins weitere geplante projekte vorschläge 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 für weitere projekte nehme ich gerne an ja heute kommt ein valomat video ich glaube das kommt noch vor diesem video dann pausiert die helft ist minecraft minecraft flip let's casual agario demogler antwortet da müsste vielleicht bald mal was kommen happy wheels staffel 3 minecraft gommelhd.net action casual checkliste minecraft mod vorstellungen badwars staffel 2 minecraft survival games staffel 2 minecraft ender games staffel 2 minecraft horror pvp plus minecraft minigames nein nicht minecraft minecraft texture pack vorstellung und let's show davon habe ich bis jetzt zwei gemacht und letzter zeit auch eins aber fasse ich hier mal zusammen und pausieren weil in nächster zeit keins mehr geplant ist dazu ist zu sagen dass wahrscheinlich diese ganzen minecraft hier diese hier und dieses hier zusammengefasst werden unter einem titel nämlich hier den minecraft minigames aber das steht noch nicht fest deswegen stehen erstmal alle hier so beendet da haben wir ein bisschen mehr so ein bisschen so wir hätten heißer kandidat dass die mutter an europa epic gerade beendet politik teig um mit den linken med games teigen ich glaube ich lass doch lieber noch mal med games teigen die jetzt ein bisschen sehr klein sieht das aus aber normal aus ja med games teigen die staffel 1 bis 4 mini metro die erste staffel bus simulator 2016 democracy 3 eu4 born to be an emperor das war mit das mit böhmen simutrans be creative eu4 mit den osmanen oder ottomanen simutrans privatwelt playpack 128 polarity software ink fit myers railroad simutrans deutschland lp funwill.eu action das ist dahingehend abgesetzt weil funwill.eu nicht mehr existiert happy wheels die erste staffel ich habe komischerweise eine erste staffel und eine dritte staffel ich habe keine zweite staffel entdeckt ich weiß nicht ob ich dazu schon mal was gesagt habe ich meine ja ich meine das wäre mir auch schon mal aufgefallen so civilization 5 mit brasilien das war gleich peter der zweite caesar punkt nicht caesar.ia cities xxl das wald lp und in hollywood sieben trans privatwelt play 2.0 eu4 in äthiopien sieben trans private 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 play minecraft ticket normal sie haben ja er eu hier mit klebe sieben trans privatwelt play bedwurst staffel 1 gamers go makers train fever staffel 1 bis 2 meingriff guess it zika skype suns minecraft survival games staffel 1 ender games staffel 1 michael rush the escapists crash landing simutrans privatwelt play minecraft attack of the b team shop empire 2 info open tt prison architect minecraft hexit simutrans 4 geldmodus simutrans das war's dann mit dem video tschüss mit riss